Siehst du das, was ich auch sehe? Ja, ein Schrotthaufen auf einem Pferd. Ich bin ja auch nur einer. Einfacher Markt. Grad gut genug, um andere Leute Schweinestall auszumisten. Oh, glücklich der, der den Worten lauschen kann von all den heldischen Heldentagen, die unser Ritter von der traurigen Gestalt je erlebt. Sancho, mein Freund, suche fortwährend nach der Wahrheit und schätze die Tränen des Armen höher als die Versprechungen des Reichen. Wenn der Wahndon Quixote im Laufe unserer Geschichte ihn auch immer wieder übermannte bei all seiner Rittereien, so bewies er doch in anderen Momenten einen klaren, zupackenden, treffenden Verstand. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.